Ja, hallo zusammen. Ja, wie bereits angekündigt in meinem Messerverkaufsvideo, habe ich mir gedacht, nachdem es schon ziemlich lange her ist, als ich das letzte EDC-Video gemacht habe, mal wieder ein EDC-Video zu drehen. Hat sich auch einiges getan in meinem EDC. Und ja, bin jetzt momentan so, wie es ist, ziemlich zufrieden. Ich denke auch nicht, dass sich da in geraumer Zeit was ändern wird. Und ja, aus dem Grund fange ich jetzt einfach mal an. Ja, ich fange mal an mit meinem, ich fange mal die Karten ein bisschen raus, mit meinem Portemonnaie. Das ist hier ein ganz normales, schwarzes Leder-Portemonnaie. Ja, ist zwar von Hugo Boss. Ich lege da eher weniger Wert drauf auf Marken. Aber gut, ich habe das geschenkt bekommen, habe das jetzt auch schätzungsweise so zwei, drei Jahre. Und ja, man merkt halt dann doch an der Qualität, ja, dass der Preis gerechtfertigt ist. Hier löst sich keine Naht oder ähnliches. Das Leder ist super, also ist schön weich, fasst sich schön an. Ja, bin ich sehr zufrieden. Das ist ein einfacher Aufbau. Hier fünf Karten, hier oben zwei Scheinfächer. Hier nochmal zwei Kartenfächer. Hier unten so ein kleines Geheimfach noch. Und ja, ist ein schönes Portemonnaie. Werde ich in jedem Fall behalten. Noch längere Zeit. Und ja, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Portemonnaie. Dann kommen wir zu meinem Schlüssel, den ich logischerweise jeden Tag dabei habe. Ja, der ist ziemlich abgespeckt. Ich habe nur noch einen Haustürschlüssel. So Briefkastenschlüssel und ähnliches. Das liegt so auf der Kommode. Ja, der Spruch wird vielen bekannt sein. Kommt aus der Luftfahrt. Ist ja eigentlich mit dem roten Bändchen. Das schwarze jetzt hier gefällt mir besser. Bin ein Schwarz-Fan. Ja, und ansonsten habe ich hier dran die Olight I3, meine ich heißt. Die I3 EOS, genau. Kleines Lämpchen zum Drehen hat, meine ich, 90 Lumen. Ja, eine schöne Größe. So als Schlüsselbundlampe mit den 90 Lumen. Für mich auch absolut ausreichend. Ist ja, ist oft im Einsatz. Mein Schlüssel hat man einfach mal schnell aus der Hosentasche gezogen. Und ja, bin ich sehr zufrieden. Habe ich noch einen Kupfer. Hatte ich auch eine Zeit lang am Schlüsselbund. Aber zu dem Setup, was ich jetzt hier habe, passt das schwarze einfach besser. So, zu meinem kleinen Multitool, was ich hier am Schlüsselbund habe. Das Leatherman Squirt. Gibt es eigentlich auch, ja, nur Positives zu sagen. Zwei Punkte gibt es an diesem Tool, die mir absolut gar nicht gefallen. Gut, hier mit der Zange, die ich auch wirklich oft schon genutzt habe. Hat hier noch eine Klinge. Und auf der anderen Seite eine Pfeile, Metallpfeile, Holzpfeile oder, ja, ich denke mal Metall oder Holz. Und ich benutze die ab und zu mal für einen eingerissenen Nagel, um den irgendwie ein bisschen in Form zu bringen wieder. Ja, kommen wir zu den Dingen, die mir nicht gefallen. Hier ein Schlitzdreher. Und das hier unten. Ich nehme mal an, das soll ein Kapselheber sein. Ja, in der Praxis funktioniert es zwar, aber ziemlich schlecht. Also wer die Flaschenöffner von Victorinox gewohnt ist, der wird hier auf jeden Fall, ja, enttäuscht sein. Gefällt mir nicht. Ist einfach in meinen Augen falsch designt. Aber gut, man kann ja Flaschen noch anderweitig aufmachen, Feuerzeug etc. Von daher ist es zu verschmerzen. Und die zweite Sache, die mir nicht gefällt, ist die Schere. Die ist, ja, die ist nicht gut. Also ich lege es gerade mal beiseite. Wer die Schere kennt von den kleinen Victorinox Modellen, die in etwa die gleiche Größe hat, die ist halt um Welten besser. Gut, Victorinox Scheren, da kommt meiner Meinung nach eh nichts ran. Das war vorher am Schlüsselbund, das mit dem USB-Stick. Aber USB-Stick brauche ich eher selten. Wenn ich einen brauche, ist es auf der Arbeit. Da habe ich mehrere in meinem Rollcontainer liegen. Also von daher, ja, ist das aus dem EDC geflogen. Hatte ich jetzt auch nur hier mit am Tisch, um über die Schere zu reden. So, kommen wir zu meinem Kugelschreiber. Jetzt auch schon ziemlich lange. Der Böker Plus Kaliber 50, meine ich, heißt der. Hier in dieser Titan-beschichteten Ausführung, den gibt es ja jetzt auch in mehreren, oder schon lange Zeit in mehreren Ausführungen. Carbon, Titan, Messing, in Schwarz. In Schwarz gefällt er mir noch besser, aber als ich mir den geholt hatte hier, gab es den noch nicht in Schwarz. Ja, geiler Stift, denke ich mal, ist vielen bekannt. Durch diverse Kanäle, Fuba Forst Films, Stefan Seinkanal, etc. Die Beschichtung, ja, hält in meinen Augen ganz gut. Natürlich hier und da sind Kipp-Raus-Spuren, aber das ist zu verschmerzen. Was mir gestern passiert ist, vielleicht sieht man es hier, ist eine ziemliche Ecke raus. Der Stift ist mir aus der Hose gefallen und wohl genau so auf dem Asphalt eingeschlagen. Dass ich diese Kante hier, die fehlt, wo ist er denn? Hier, dass sich diese Kante hier nach innen gebogen hat. Was zur Folge hatte, dass die Mine gar nicht mehr raus konnte. Ja, ich habe das dann mit der Aale vom Victorinox irgendwie wieder hinbekommen. Ja, fehlt halt jetzt hier vorne ein Stück, aber in der Benutzung tut es der Sache keinen Abbruch. Und ja, bin ich super zufrieden mit dem Stift, der ist immer am Mann, jeden Tag. Das ist so ein Stift, den ich mir definitiv immer wieder kaufen würde, auch wenn der Preis, ja, nicht ganz so günstig ist. Aber meiner Meinung nach ist es, wenn man da Spaß dran hat, ist es das Geld wert. Ja, der wird auf jeden Fall auch nicht ersetzt. Bin ich sehr zufrieden. So, nachdem ich Raucher bin, habe ich logischerweise immer ein Feuerzeug dabei. Bin seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit früher Jugend, Zippo-Fan. Hatte dann eine Zeit, wo ich normale Feuerzeuge genutzt habe. Aber jetzt seit bestimmt, ihr müsst jetzt lügen, fünf, sechs, sieben Jahren, nutze ich nur Zippo. Ja, habe ich ein paar Stück von. Das ist so mein Lieblings-Zippo. Das ist so eine Sonderedition. Ist halt die Besonderheit, dass quasi um das komplette Case rumgeht. Und, ja, Skull drauf, bin ein Fan von Totenköpfen, sei es tätowiert oder auf irgendwelchen Gier-Gegengeständen. Punisher bin ich auch ein absoluter Fan von. Ja, schönes Feuer. Von daher, das auch immer am Mann. Ja, jetzt würde eigentlich mein Handy kommen. Mit dem filme ich gerade. Das ist ein Huawei P10 Lite. In Anführungsstrichen günstiges Handy. Aber ich bin super zufrieden mit dem Handy. Bin auch nicht so der Handy-Fan. Ja, Leute, die irgendwie 12, 13 Euro für ein iPhone ausgeben, würde ich niemals machen. Wenn die Leute daran Spaß haben, gönne ich denen das von Herzen. Aber ich finde es einfach idiotisch. Weil so ein Handy einfach nach zwei, drei Jahren seinen Geist aufgibt. Ich hatte vorher einen HTC One M8. Das hatte ich jetzt auch, glaube ich, über drei Jahre. Das funktioniert auch noch, aber der Akku ist langsam platte. Und deswegen habe ich mir das neue Handy jetzt geholt. Und, ja, das kostet, glaube ich, 250 Euro. Und bin echt zufrieden mit dem Teil. Ja, wie gesagt, Handy, mit dem filme ich. Dann kommen wir zum Multitool. Multitool, das Leatherman Rebar. Das habe ich mir geholt irgendwann vor Weihnachten. Ich meine, November rum war das. Ja, was kann ich zu dem Multitool sagen? Ich besitze mit dem noch ein anderes von Leatherman. Das, gut, jetzt das Kleine hier mal weggelassen. Das Wingman. Das Wingman habe ich jetzt ungefähr so eineinhalb Jahre. Ja, ist das günstigste Modell. Die Einsteigerklasse von Leatherman. Mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Hat mir von der Verarbeitung nicht gefallen. Fing schon an, dass im geschlossenen Zustand hier die Flügel total Spiel haben. Ich meine, hier haben sie auch ein bisschen Spiel, aber das ist verkraftbar. Aber bei dem Wingman, die haben da rumgewackelt wie ein Kuhschwanz. Ja, tut seinen Dienst. Die Schwätz behalten auch. Aber im Vergleich jetzt zu dem hier, gut, das kostet das Doppelte, ist schon was anderes. Was mir bei dem hier nicht gefallen hat, oder generell ist es wohl ein Problem bei den beschichteten Multitools von Leatherman, dass halt am Anfang hier extrem sich die Farbe ablöst. Also ich habe mich da wirklich fast eine Stunde hingesetzt und das Ding mit Ballistol abgerieben und hier in die Ritzen rein mit Ohrenstäbchen etc. Also da müsste Leatherman in meinen Augen wirklich nachbessern, weil wenn ich mir ein Multitool hole für 80 oder 100 Euro oder 200 Euro, habe ich keinen Bock, dass ich das Ding das erste Mal in die Hand nehme, meine Hände schwarz sind. Also das hat man noch nicht mal bei irgendwelchen Schienamessern für 10 Euro. Und da sollte man sich irgendwie als weltweiter führender Hersteller von Multitools mal Gedanken machen. Ist meine persönliche Meinung. Gut, kommen wir zur Taschenlampe. Jetzt wieder am Mann. Hatte ich vorher eine ziemlich lange Zeit am Mann. Das ist die TrueNight, andersrum, TrueNight Archer 1C, V2, 1C V2. Ich meine, die hat irgendwas um die 300 Lumen. Läuft mit Akku. Schöne Größe, geringes Gewicht. Bin sehr zufrieden mit der Lampe. Hat vorher die Olight, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die war ein gutes Stück größer. Die stellt man so hin zum Laden. S30 oder ich weiß es nicht mehr. War eine, oder ist eine geile Lampe. Habe ich auch nach wie vor. Allerdings so für, ja, fürs EDC war sie mir zu groß und zu schwer. Das ist dann so eine Lampe, die man eher irgendwie im Rucksack transportieren kann. Deswegen habe ich wieder auf die umgeschwärmt. Ich habe jetzt noch zwei andere, beziehungsweise mir eine besorgt vor kurzem. Die möchte ich auch testen. Allerdings bleibt die jetzt noch erst mal am Mann. Und ab Frühling wird dann die neue Lampe getestet. Und mit der bin ich wirklich zufrieden. Und die habe ich auch für schmales Geld geholt. Ich glaube auf Ebay geschossen, gebraucht. Ja, tolle Lampe. So, ach, kommen wir zum Thema Uhr. Da hat sich auch was getan. Seit letztes Jahr Sommer trage ich diese Uhr oder habe mir die Uhr gekauft. Das ist eine Gigande. Ja, wie viele schon sehen, es ist eine ziemliche Designanleihe an die Rolex Submariner. Das ist auf jeden Fall nicht abzustreiten. Ja, muss jeder selber wissen, auch wenn ich das Geld hätte, ich würde mir keine Uhr für 8, 9 oder 10.000 Euro holen oder vielleicht sogar für 20.000 Euro. Klar, Thema Rolex. Mein Vater trägt Rolex. Es ist eine sehr wertstabile Uhr oder eine Uhr, die eigentlich eher steigt in ihrem Wert. Aber ja, mein Vater hat sie jetzt bei Rolex gehabt. Er ist ein neues Band rangekommen und so ein bisschen Service gemacht. Und da waren halt auch mal schnell fast 3.000 Euro weg. Ja, muss jeder für sich selber wissen, mein Vater ist so einer, der trägt die auch jeden Tag und wenn er da mal irgendwo lang schrappt, das macht den nichts. Mir wird das Herz bluten. Bei der Uhr wird es mich auch schon stören, wenn da ein Kratzer im Glas wäre. Aber das ist eine relativ günstige Uhr. Aber trotz alledem hat es wirklich, also ich meine auch, eine gute Verarbeitung. Das Uhrwerk habe ich jetzt vergessen. Es ist ein Automatik-Uhrwerk. Ich meine, ehemals wurde das Uhrwerk bei Saiko verbaut. Und bin mir da aber nicht sicher. Hab eine neue Uhr im Kopf oder schwebt mir vor, die ich mir holen möchte im Frühjahr. Und ja, aber nach wie vor bin ich mit der Uhr sehr, sehr, sehr zufrieden. Gefällt mir gut. Und ja, ist in meinen Augen ihr Geld auch wert. Jetzt gucke ich gerade mal, wie wir das mal hier alles so ein bisschen hinlegen. Mach das mal so. Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Punkt, der fehlt. Das wäre mein EBC-Messer. Ja, ich habe bis vor ein oder zwei Wochen recht lange Zeit, recht langer Zeit, meine ich so, würde man schätzen, so acht, neun Wochen mein Paramilitary 2 am Mann gehabt. Ja, hab das Messer vorher schon geliebt. Aber ja, wenn man das Messer jeden Tag dabei hat und so seine Aufgaben damit erledigt, dann merkt man einfach, dass das wirklich ein absolut durchdachtes Messer ist und ja, so in seiner Nutzung, in seiner Handhabung ja, in meinen Augen unschlagbar ist. Ja, es ist wirklich, wirklich ein tolles Messer und hat richtig Spaß gemacht, das zu nutzen. Ich habe das, sei es irgendwie auf der Arbeit, wenn irgendwie kartonmäßig was angefallen ist oder ich habe mal einen ganzen Tag oder was heißt eine ganze Sache. Extrem viele Plastikbänder zerschnitten, abends immer in der Küche genutzt zum Schnitzen, alles was einfach anfiel und ja, ein super Messer. Das Messer hat dann vor circa zwei Wochen Pausenzeit bekommen, ist jetzt auf dem Weg oder ist vielleicht schon dort zum Stefan. Der hat es mir abgekauft und an der Gruße, äh, an der Gruße, an der Stelle, grüße Stefan. Ich hoffe, du hast viel Freude mit dem Messer. Und, ja, dann, ähm, ja, hatte ich das Edelstil ES80, ES802 am Mann. Mal sieht, sehr, 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 sehr starke Designanleihe ans Paramilitary. Mal zum Vergleich hier, das Paramilitary 2 in schwarz. aber, aber ich muss wirklich sagen, also, ich bin von dem Messer, ich bin begeistert und ich habe einfach gemerkt, dass hier so ein 30 Euro Messer mit 440 C-Stahl mir wirklich genauso viel Freude macht, wie, ja, zum Beispiel ein Paramilitary 2 für 200 Euro oder, ja, 150 Euro. Ähm, gut, das Einzige, wo man es halt sieht, ja, klar, die Beschichtung, ähm, die hat sich halt mit der Nutzung, äh, sieht man hier halt, Abriebspuren, äh, aber, trotz alledem, also, der Stahl lässt sich so extrem leicht nachschärfen, wird sehr, sehr scharf, äh, die Klinge läuft butterweich, ja, und, äh, die Klinge steht mittig, hat seitlich kein Spiel, also, ist ein tolles Messer in meinen Augen einfach, und, ähm, habe ich jetzt auch gern dabei gehabt, so, ich glaube so neun oder zehn Tage, äh, wurde es auch nur abgelöst, weil ich mir mal wieder, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mir das Messer hole, äh, ein Spydeco Tenacious mal wieder zugelegt habe, in All Black, mein, äh, Tenacious mit silberner Klinge, das hatte ich mal nicht letztes Jahr, irgendwann im Frühjahr, Sommer verkauft, ähm, weiß jetzt leider gar nicht mehr an wen, äh, ich weiß nicht, ich glaube, Juiced war es nicht, vom, also der Kanal Juiced, ich weiß es nicht mehr, an wen ich es verkauft habe, ähm, ja, das kam gestern an, ich habe es heute benutzt, äh, was mir direkt aufgefallen ist, äh, ich habe heute ein paar Kartons geschnitten, und, äh, ja, man hat hier schon eine richtige, weiß nicht, ob man es sieht, man sieht hier ziemliche Spuren, in dem, in der Beschichtung von der Klinge, aber ja, es ist nichts Tragisches, ja, aber, ähm, ähm, na, das wollte ich nicht aufklappen, halt eh nicht hier wie beim Edelstil, ja, hier ist es ein bisschen schlimmer, ich weiß nicht, da hatte ich, was hatte ich denn da gemacht mit, weiß ich gar nicht mehr, naja, auf jeden Fall, ähm, das Tänisches, gerade hier in All Black, cooles Messer, und habe jetzt auch gemerkt, weil ich so ein bisschen so die Vergleichswerte jetzt hatte, mit dem, mit dem Parra 2, ähm, ja, was ich beim Tänisches einfach besser finde, ist, natürlich beim Parra 2 finde ich den Joll hier, wirklich geil, aber gerade, wenn man so, irgendwie in Karton, so zerteilt wird, dass man einfach oft hier hängen bleibt, äh, das hat man beim Tänisches halt nicht, weil der Anschliff komplett durchgeht, aber, ja, sind beides sehr, sehr geile Messer, und, äh, ja, wie gesagt, geht seit gestern am Mann, habe es heute Abend in der Küche genutzt, äh, cooles Teil, das wird auf jeden Fall noch einige Wochen jetzt im EDC bleiben, bis zum Frühjahr, ja, und dann mal schauen, was, äh, danach, als EDC Messer kommt, ja, EDC Video, 20 Minuten, sorry Leute, ich kann mich einfach nicht kurz halten, ich schweife immer aus, ähm, das ist das, was ich aktuell immer am Mann habe, und, äh, ja, hoffe es hat euch gefallen, und wünsche euch einen schönen Abend, und bis bald.